Was war ich los? Also, bei mir geht einiges. Wie kann ich das? Richtig schade am Brüder fahren, John. Was macht ihr so? Kick es an. Hier geht nicht wie die Bosse ab. Ja, das ist ein Müffelfoß. Da müssen wir mal gucken, was wir jetzt damit machen. Nach hinten drin, Alter. Ja, und da wird so eine karriere Volldecke. Kiekt euch das an. Fein offen Fen. 822. Wie so ein Zweirompüken. Abgekuscheltes. Den Schweiger flüschte ich hier aus. Ich sehe aus wie eine Pellkartoffel. Dann komme ich mal gleich vorbei mit meinem Partybike. Da habe ich vorne immer einen Eimer Sangria drin. Und dann mache ich die mal schön betrunken. Und dann machen wir mal die gar nicht zusammen. Kotze! Hey, komm auf. Komm mal, es geht abon. Die rauche ich schön weg, ne? Und, was ist bei euch los? Oh, ne? Ich habe hier auch ein paar Fluppen dabei. Fein JPS. Da schmöke ich mich gleich erstmal eine, du Achter. Hä? Und dann habe ich mich schmöke ich hier. Ich schmöke hier unredlich weg hier. Hast du wieder geschmöke? Hast du geschmökt im Raum, oder was? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. In diesem Sinne! Für mich selbst das war. Ja, mit sich...